Das Richtsystem geht um die schnelle, einfache und sichere Montage für jedes Dachformen. Deswegen haben wir auch sehr viele verschiedene Dachanker, zum Beispiel für Metalldach oder für eine Frankfurter Pfanne, wobei wir auch darauf geachtet haben, dass wir im Prinzip eine Höheverstellbarkeit an zwei Punkten haben und eine Montage, die immer von oben verschraubt wird. Damit wird die Montagezeit geringer. Wir haben mehrere verschiedene Schienen, die für alle Schnee- und Windlastanforderungen eingesetzt werden können. Das heißt, wenn ich weniger Wind- und Schneelast habe, kann ich eine normale HDC-Schiene nehmen. Bei größeren Windlasten muss ich stärkere Schienen nehmen. Und für Flachdachmontage haben wir ein vollkommen vormontiertes Anwinkelungssystem, das Trick F, wo man im Prinzip eine Schraube reinschrauben muss und anhand von einer Lösung im Prinzip jeden Winkel einstellen kann. Die Messepräsentation ist sehr auffällig hier auf dem Wagner-Stand, dass wir wenig Produkte zeigen und sehr viel Dienstleistung. Wir haben uns für dieses Jahr vorgenommen, viel stärker den Installateuren, den Endkunden im Fokus zu haben. Wagner ist ja ein Pionier der Solartechnik. Existiert schon sehr lange, über 30 Jahre und ist entstanden aus einer studentischen Bewegung mehr oder weniger mit acht Personen, die die Firma gegründet hatten. Immer auf der Suche nach Alternativen zur konventionellen Energietechnik. Man kann hier Gesellschafter bei Wagner werden, wenn man hier arbeitet und nur dann. Von den etwa 400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sind über 100 Gesellschafter. Also denen gehört das Unternehmen. correlate das Unternehmen. Ja, das ist das Unternehmen.